So, wir starten ins nächste Let's Play. Here we go. Wunderschönen guten Abend an die Caro und an den Timmy. Jetzt hängt sich... Ähm... Mein Bildschirm ist weiß. War meiner gerade auch. Das Spiel hat sich ein bisschen gehangtet. Müsste sich aber eigentlich wieder gefangen haben. Nein, bei mir nicht. Dann bist du was Autonormales. Aber ich höre die Sounds von Blu an. Sehr geil. Ich will mal kurz spielen. Ich starb nicht. Du bist... Ah, du fährst bei mir. Jetzt funktioniert es aber einmal wieder. Ja, das ist nicht wahrscheinlich bei denen am Sir... Das ist nicht wahrscheinlich bei denen am Sir... Warum, dass ich... Ähm... Richtig hauert da. Na, Leben! Das klaut der B*** nicht, oder? Du... 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 Du alter Afterleuchte, ey! Afterleuchte... Das wirst du mir büßen, du Hund! Ja, komm, ey! Spann ich doch mal! Tja, das wird jetzt fünf Runden dieser Strecke! Das zieht sich hin... Ah, alte Afterblüte, ey! Ich hab nichts gemacht! Sehr nice! Oh, du... Oh, du verdammter Pisser, ey! Da steht dir nichts mehr rein, oder? Ich war... Das gibt's nicht... Dieser Schnurrchen-Sund-Sack, ey! Boah! Ja! Ja, guck, weißt du noch ein Zeitzimmer, ey! Okay, dann kriegst du noch ein Drittes! Ey, ne Scheißkurve wieder hier! So, jetzt sind wir mal zweit, aber das ist egal! Ich hab mich erst mal repariert! Hahahaha Ja! Nein, inzwischen. Äh... Das Spiel hat mich auf dem Desktop geworfen. So, hab ich schon geworfen, wo ist denn der? Ah, jetzt nimm ich nicht mehr! Der Spiel hat deshalb geworfen und dann kann man auch dr spielen. Ohohohohohohohohohohohoho! Und, Caro, kommst du noch dazu, sich mal ein paar Plays anzugucken? Jo, zwischenzeitlich. Und dann zeige ich auch immer mit den Button, dass es mir gefällt. Es ist immer so blöd, wenn man das so etwas beweise. Ja, du, besser als, äh, den Koppelofen zu stecken, ne? Jo. So, alles ziemlich ruhig hier. Ein bisschen zu ruhig, ja. Und da kommt der große Hammer. Der fährt eben gerade davon. Ich hab das vermisst. Du hast es lange nicht mehr gehört und hast du nicht gesehen? Glaube ich dir. Ja, wenn du das nicht so siehst, dann musst du das sagen. Weil ich kann mir selber, kann ich mir auch drauf glauben. Ja, ja, ja. Nicht schön. Ja, und ich erst. Ach, du kommst selber nicht dran, ey, an denen. Ich wär immer schön ab. Ich wär's. Oh, Dayton, is it? Ja, ja, endlich! Oh, diese scheiß Ackerlade! Da hinten, ich seh die Leuchten! Guck, da ist er ja! Oh! Er arbeitet sich ran! Hört, hört! Das ist wirklich! Das wird de-illiminiert! Ok! Das wird sofort abgewehrt, ey! Oh geil! Oh beile! Aber ganz knapp, oh, mein Lieber! Du machst nicht gerade mit, ey! Oh, das weiß ich! Oh! Nein! Oh, das war geschmalt! Ach, geschmalt! Oh, der schießt da wieder mir vorbei! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey Das ist anstrengend dir. Was mach ich denn? Gut, dass ich hier jetzt ein Spielstück hatte, weil ich hier ein Abweh an konnte, den einkam. Ich hasse diese Kurve, hier ist zum Kotzen. Ich habe die Kurve, hier ist das Spielstück. 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 Timmy hat mal gewonnen, geil, gewonnen! Ja, danke. So. Ich werde mich ja jetzt mal kurz wieder abschieben. Was heißt hier mal kurz? Für wie lange? Für wie lange? Was ist? 10 Minuten, ne? Ah, gut. Okay, Leute. Dann war es das für dieses Let's Play auch erst einmal. Wir hören uns dann im nächsten Let's Play. Also, Leute. Haut rein! Okay. 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 Vielen Dank.